Es verdraht ihn da, es drückt ihn hinten runter und es hebt ihn aus. Und da knallt er auf die pickelharte Piste. Ich wünsche ihm alles Gute jetzt, in dem Moment, wirklich. Und dann hört man oft so Aussagen wie, mein Gott, jetzt ist alles so leicht und hin und her. Die Läufer machen prinzipiell viel weniger Fehler als früher, aber wenn sie einen machen... Genau vor dem zweiten Sprung zieht es ihm den linken Ski weg und da hast du keine Chance mehr. Null Chance. Du hast nicht die geringste Chance und dann schlägst du voller Härte auf der Piste auf.